Stufe 6. Was sind wir? Ich bin Level 7. Du dann wahrscheinlich auch inzwischen, oder? Aber irgendwie ist das doch einfach wieder das gleiche. Es ist doch einfach wieder das gleiche. Da oben ist Eisen. Da vorne ist... Guck mal, was hier für Viecher sind. Die sehen lustig aus. Ich weiß noch nicht, wie stark der da ist. Aber wow. Pass auf. Okay. Sturzflug-Minidrache. Mann. Gut. Im Prinzip ist es wieder dasselbe Level, ja? Oh, die droppen Knochen. Hey, bist du jetzt erst Level 7 geworden? Ja. Dann habe ich ja viel mehr XP als du. Kriegersaurier, sehr cool. Ach komm schon, hör auf drüber zu hüpfen. Ja, der droppt Schuppen. Wow, und dieser Typ hier bombt mich gerade voll weg. Oh oh. Oh oh. Ich muss mal schnell was essen. Also eine Schuppe habe ich. Dann haben wir hier das Eisen mit. Ja, die kann ich gar nicht so. Also ich habe hier einen Knochen für dich. Einen. So, ich fress mal ein paar Bären. Na ja. Oh Gott, ey. Ich habe hier wieder einen Setzling von allem irgendwie. Okay. Also ich brauche diese komischen Saurier da. Die muss ich töten. Die geben mir Schuppen. Dinosaurier haben Schuppen. Ja, doch. Macht Sinn. Da oben sind wieder ganz viele so Feuerviecher und Skorpion. Ach ne, das ist schon eine Blume. Was, möchtest du mir das ganze Eisen mitnehmen, oder? Ja, pass auf du wirst schon. Oh, das kommt schon her. Gleich gleich angegriffen. Alter, der zieht mit drei Herzen ab mit einem Hit. Wow. Mir auch. Da kommt noch einer. Mhm. Aha. Affe. Ich check bei dem bloß leider nicht so genau, wann er angreift. Da kommt eine Pflanze, die Feuer spuckt. Alter, spuckt gleich alles Feuer? Ei. Scheiße. Basch die, Basch die, Basch die. Tot. Jetzt würde ich weg. Ich bin tot. Ich brauche doch kein Erz ab, wenn wir kämpfen. Vollidiot. Bisschen witzig. Ja, wahnsinnig. Ich lache mich tot. Nein, warte. Ich lache mich nicht tot. Ich sterbe einfach so dauernd. Ohne Lachen. Aber ich brauche noch so ein paar Dinos. Ich brauche Schuppen. Ich weiß noch nicht wie viele. Da hinten sind noch Dinos. Dinos. Ich gucke trotzdem mal kurz wie viele ich brauche. Eine, zwei, drei, vier. Okay, und eine habe ich. Aber da sind noch voll viele von diesen Feuerviechern. Oh, hier hat es mega viel Eisen. Das war ein gutes Level. Dino. Kriegersaurier. Meine ich natürlich. Dino. Yay, noch eine Schuppe. Zwei. Es wäre cool, wenn ich hier blocken könnte. Dann könnte ich mich hinstellen wie ein Hammerwatch und blocken und du würdest schießen. das nochmal für euch. Okay. Aber ich brauche Krieger-Saurier. Wir haben jetzt den Stack-Size von 64. Was haben die Knochen getroppt? Äh, dieses Flugviech. Dieser Sturzflug-Angriffs-Drache-Dings-Bums. Ich habe fünf Knochen, was brauche ich denn? Da oben hat es Gegner. Eins, zwei, drei, vier, vier. Ja, gut, sehr schön. Ich habe eigentlich alle Knochen. Ja, ich brauche noch zwei Schuppen. Und hier oben ist schon wieder ein Dungeon. Wieso hat sie denn nur diese Feuerviecher überall? Ja, weil gerade Nacht ist. Die anderen brauchen wahrscheinlich erst wieder bei Tag. Bitte. Gut, dass der Typ einfach mal 100 Damage mit einem Auto-Attack macht. Da ist einer. Du wirst ja mal nicht einfach erwartet. Du wirst ja noch eh nicht. Sturzflugsaurier-Ink. Alter. Knochen. Na gut, die hast du. Ja. Ich habe zwei Knochen. Zwei Knochen. Ich brauche Schuppen, ey. Tag. Jetzt bleibt mal wieder Tag. Ich will nicht mehr. Ah, diesmal habe ich nicht mehr genug Blau-Fragman-Terms-Nation vor. Ja, jetzt Tag. Wow. Was war das denn? Was war das für ein blauer Strahl bei dir? Die weg-teleportiert worden. Ach so. Okay, I see. Da unten ist noch so ein Flugviech und ein so ein Knochen-Dings. Warte mal. So einfach machen. Weiter, weiter, weiter. Hä? Wie das Ding hochkatapultiert wurde. EI! Natürlich nicht. Oh, ey. Ah, da hat das gerade alles in die Luft gesprengt. So, noch eine Schuppe. Und ich muss mal wieder was essen. Was kann man denn noch? Ein Dinosaurier. Ein Dinosaurier. Was kann man denn noch? Ich habe, glaube ich, gar nichts besessen. Nein. Ich habe so viel Scheiß im Inventar. Ja, ich brauche noch einen Saurier. Ach, hier ist noch so ein Dungeon. Wollen wir da noch mal reingehen? Ja, aber da unten ist doch nur wieder das nächste Portal drin. Na gut, vermutlich. Das war's. Ich brauche noch einen Saurier. Einen. Yay. XP. Oh. Hast du entdeckt? Hm. Ein Loch im Boden, wo ich reingefallen bin. Wo mich dann einen Wurm angegriffen hat. Wo ich keine Ahnung, wie ich jetzt wieder rauskommen soll. Oh oh. Nicht gut. Dahinter ist so ein Feuerexplosionsteil. Triffst du das? Sehr nice. Kommen wir dazu? Oh. Skelett. Aber da hast du schon alle. Irgendwo ist schon ein Wurm. Ja, hier um die Ecke. Ach ja. Schuttzzeilen, wenn wir die Klippe kaputt machen. Äh, die Säule. Was ein Spaß. Oh nö. Mach's kaputt. Jawoll. Sprengbombe, schwache Heiltrank, Baumwolle. Jawoll. Triumph. So. Wo war's noch? Oh je, da geht's noch mal tiefer runter. War hier nicht irgendwo noch eine Tür oder so? Ah, hier ist eine Treppe. Du bist da runtergesprungen. Bist du da runtergesprungen? Ja, aber die Treppe neb ich nicht. Dann nehmen wir die Treppe. Das ist runter, oder? Ja, nehmen die Treppe. Da hat's überall Laternen, die man klauen könnte. War's das, oder was? Level Aufstieg. Eigentlich. So, Level 8. Mehr Skillpunkte. Tja. Das war's auch schon mit den Vorteilen, oder? Haben wir neue Rezepte. Keine Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Nein. So, wie wir reingekommen sind. Gut, du kannst einfach rausporten. Oder brauchst du noch Schuppe? Nee, hier vorne. Hier vorne. Ja, ich brauch noch eine Schuppe. Ja, du kannst dich auch in die Map. Also in diese Map reinporten. Aber war hier unten nicht noch irgendwo eine Tür? Da unten ist zumindest mal Licht. Ja, aber da geht's aus der Map raus, nehm ich mal an. Vielleicht kann man... War das nicht da, wo wir waren? Oh, was zeitlich kommt man da nicht irgendwo hoch? Verdammt. Guck mal, ganz da unten. Komm mal mit. Ich frage schon, komme ich da wieder hoch? Oh. Das gibt auch bloß einen Mana-Trank. Dämlich. Äh. War Spaß, bevor ich da jetzt rumhüpfe und runterfalle. Wobei, lass mal noch da runtergehen. Ich mein, eigentlich passiert ja durch Sterben nichts, gell? Guck mal, was da schwebt. Egal. Ich port mich raus. Wenn du auf der Karte unten rechts auf diesen... Ja, port dich mal raus. Wenn du unten rechts auf diesen Dings drückst. So, ich port's noch. Ah ja, hier rennt meine letzte Schuppe rum. Kommst du auch? Hä, bist nur du rausgeportet worden? Ja, ja. Wenn du unten rechts auf diesen Sockel klickst. Genau. Da drüben rennt meine... Da rennt meine letzte Schuppe rum. Jawoll, vierte Schuppe. So. Knochen? Braust du echt nur vier? Weil ich hätte sechs für meine Rüstung gebracht. Ja, ja. Also sechs Knochen. Ne, ich brauch vier Schuppen. Ich hab's nachgeguckt. Guck mal, wie schwer die zu kriegen sind. Ich hab's noch. Gut. Also, von mir aus kann man zurück. Nach zu Hause. Das müsste über den Button gehen. Smaragdfelder. Korrekt. Let's go home. Smaragdfelder, Stufe 3. Bazinga. Gut. Hier sind auch wieder die ganzen Gegner gespawnt. Da sind wir wieder. Back home. Home sweet home. Mit schönen Level 3 Gegnern. Die überhaupt keine Probleme machen. Wie lange müssen wir? Ich weiß. Oh, hier und hier. Der Merkbank upgraden. Ich hab's Kohle. Ja, ich glaub, wir haben jetzt genug Eisen für den ganzen Shit. So. Bloß, ich hab immer noch die Vermutung, dass wir keine Kohle haben. Ihr wollt holen bei mir, doch habt keine Kohle dafür. Denn meine Lieferung, wie ist euer Druckkurier? Ein paar für die Kohle, wir sind Dope-Dealer. Ich möchte jetzt, jetzt fehlt mir Holz. Wo sind denn die ganzen Seeds drin? Ja. Ja. Schauen wir mal. Toll, die Kiste ist voll. Kann ich nicht reintun? Die auch nicht. Die gehen rein. Die wahrscheinlich auch. Die haben schon wieder einen Kisten-Mangel. Ah, was war das? Das ganze Haus hat gewackelt. Das ist nicht alles. Verbesserte Eisenbarren. Äh, Eisenverbesserte Kisten. Aha. Sehr gut. Kupferspitzarier Kupfer-Axt. Jawoll. Triumph. Bergbau-Krallen. Bergbau-Krallen. Nager Kupferbogen. Voll, da brauche ich zwei so Schuppen. Hehe, eine habe ich. Ähm, hast du... Kohle? Warte, oder brauche ich? Brauche ich überhaupt noch was? Lass mal schnell gucken. Amboss. Rüstung. Oh. Jetzt bin ich schon bei der nächsten Stufe, oder was? Wildhüter. Hä, ne. Mystiker? Ne, ich brauche Wikinger. Was haben wir denn? Rüstung hat 90 Defense. Genauso wie die Hochmagierrobe. Okay. Also die ist in höhere Qualität. Baumwollstoff. Die hat 65. Und das hier hat 40. Okay. Ah, du baust dir gerade die. Ja. Gritterumhang. Der ist interessant. Stell dir in den Gemeintasch. Gebranzer, der Ring der Natur. Den könnte ich wahrscheinlich auch brauchen. Egal, ich gucke jetzt mal. Oh Mann, das regt mich drauf. Wir müssten gleich nochmal zurück und mal eine Schuppe holen. Ich brauche Baumwollstoff. Baumwolle war hier drin. Oh, es gibt tatsächlich jetzt schon eine neue Rüstung, oder was? Was? Ne, ne. Ich habe die. Also ich habe schon. Ich kann eine Tier höher bauen als du, die Rüstung. Ach, da kann ich ja nicht hin. So. So. Ich bin gleich an, Boss. Hä? Jagdhut oder was? Was ist denn für mich jetzt gedacht? Ich brauche Baumwollstoff. Ach so. Äh, brauchst du die Werkbank gerade? Äh, ne. Ich bin gleich wieder weg. Warte kurz. Dann kann ich Baumwollstoff. Baumwollstoff. Äh, wie viel? Bogenschützen. Oder hätte ich mir eine Bogenschützenjacke bauen sollen? Ich weiß nicht. Ah, jetzt kann ich auch die Schütze. Sehe ich auch die Schützenrüstung. Ja, ich nehme an, die ist für dich. Was ist denn Wildhüter? Wildhüter ist ein Tier drunter. Das ist auch für dich, aber halt eine Qualitätsstufe schlechter. Also ich baue mir jetzt aus dieser Bogenschützen-Ding, da baue ich mir jetzt die Wikingerrüstung. Das sind zwei, drei, vier, sieben, zehn. Ja, dann bräuchte ich jetzt auch Schuppen. Ja, ich sage, eine habe ich halt. Zehn. Ich glaube, dann müssen wir nochmal los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, einpacken. Drei packen minus zwei packen. Einpacken. Haha. So, Wikingerhelm herstellen. Ach komm, dann baue ich mir erstmal die, dann baue ich einfach die nächste Runde. Wikinger Panzerhandschuhe. Ich bin doch am Amboss oder etwa nicht? Ich bin am Amboss. Ne, du bist am Amboss. Ja, ich bin am Amboss. Okay. Gut, ich habe jetzt die Wikingerrüstung. Dann schauen wir uns das mal an. Wikingerhelm. Booyah. Wikingerrüstung. Wikinger Beinschienen. Und Wikingerhandschuhe. Ah, jetzt sehe ich ja cool aus. Super. Bringt der Umhang irgendwas? Mana und Lebensregeneration plus ein Prozent. Das ist voll nice. Ach so, wahrscheinlich erst schon gar keine Base-Lebensregeneration. Die haben bloß wir wegen, oh Penis hier. Regeneriert zwei Prozent Heilbarkeit, nachdem ein Feind besiegt wurde. Okay. So. Und dann, Kupferprügel habe ich schon mit 70. Ah, starker Kupferbogen, okay. Ich habe echt noch drei Baumwolle. Ich habe noch Baumwolle. Hä? Lass dich halt meinen alten Umhang an. Wieso? Ach, Misch, das war die falsche Richtung jetzt. So. Was mache ich jetzt mit der alten Rüstung? Die kann ich ja dann eigentlich löschen, oder? Die brauche ich ja nicht mehr. Oder? Es lohnt sich ja nicht, die aufzuheben. Ich habe meine auch gelöscht. Gut. Ah, der Letch ist gelöscht. Das Ding kannst du wiederholen. Gut, das Schwert schmeiß ich dann auch mal raus. Ah, ich habe eine Feuerschale. Okay. So, was gibt es hier noch? Umhänge und dergleichen. Aber... Aber wieso willst du diesen komischen Umhang herstellen? Der ist doch schlechter als unserer. Ja, stimmt auch. Stimmt, hast du recht. Weil unserer bringt... So, ähm... Stell mir mal ein bisschen Eisenbarren her, würde ich sagen. Hast du noch Kohle? Ja, neun. Ja, dann stell du mal her. Hier ist auch noch eine Kohle. Nein, hol dir mal hier das Kohle noch raus aus dem Schrank. Aus dem Dings hier. Mhm. Dann stellen wir noch ein paar Eisenbarren her. Eisen? Ach so. Eine Kohle. Wo muss ich das machen? Im Schmelzofen? Äh, war es einfach Kupferbarren, oder was? Ja. Okay. Zehn Stück kann ich machen. Denke ich. Fünf von zehn heißt es vermutlich. Wenn ich nochmal upgraden, tatsächlich, geil, was man da alles noch machen kann. Aber wir können nur das neue Rüstung und so, also neu. Okay, ich habe zehn Kupferbahnen. Und Tische, Holzstorn, doch, wir können da so lauter neue Sachen machen. Cool. Okay. Okay, hierfür brauchen wir Eisen. Ja, dann bauen wir für jeden einmal Holzachst und Holzspitzhacke, oder? Oder Holzachst machen wir eigentlich nicht. Eigentlich nur Spitzhacke. Wir bauen jetzt überall Eisen zum upgraden, okay. Was soll ich craften? Werkzeug? Wir bauen mal für jeden eine Spitzhacke. Kupferspitzhacke? Äh, okay, ich brauche aber eine Werkbank. Zwei. Achso, hier drüben steht Werkbank, okay. Ähm, Kupferne Spitzhacke, zwei Stück. Habe ich genug Holz? Ja. Wow. Wie viel Rüstung, okay. Kupferne Spitzhacke, ja. Zwei Stück. Oder auch nicht. Hä? Ich kann. Achso, ich muss die andere rausnehmen. Mein Fehler. Brauchen wir eine Holzfällerachst? Ich hätte mal eine in die Kiste gelegt, falls wir wieder Holz brauchen, dass wir das mit dem machen. Wie lange brauchen wir mit der Hacke, um einen Baum zu fällen? Ja, aber da habe ich mal gerade geguckt, du kriegst zwei Holz raus. Achso. Mit einer Hacke. Okay, das ist cool. Wie viel Eisen habe ich denn? Ich habe noch neun. Ja, komm. Wie gesagt, wir können ja gleich nochmal losziehen. Baut Edelsteine und andere magische Blöcke effektiv ab. Und Bergbau Bohrer baut Erde effektiver ab. Für eine Bergbaukralle brauchen wir halt dieses veredelter Stromquartz. Aber eigentlich wäre das auch cool, weil dann kriegen wir mehr Eisen und mehr Zeug aus diesen Steinen, gell? Soll ich das mal gucken? Veredeltes Stromquartz war doch hier irgendwo. Wo war denn das? Irgendwo konnten wir das machen. Hier, veredelte Stromquartz. Wo können denn die Pilzsporen nicht stacken? Rohstromquartz. Weil es Alabasterpilzsporen sind. Ah, davon habe ich auch noch welche. Dann wegwerfen. Achso, Knochen habe ich hier auch noch. Ne, Knochen sind in der Kiste. So, dann nehme ich mal die hier. Ich habe übrigens auch noch Kuptererzer. Wir haben wahrscheinlich keine Kohle mehr, oder? Alter, ne. Wie habe ich gesagt, vier Stück brauche ich, glaube ich. Wobei, wie war jetzt immer denn bei der Zeit? Keine Ahnung, wahrscheinlich wieder bei einer Stunde. Soll man nicht mal eine Pause nochmal machen? Jo, ich mache noch kurz, dass wir fertig. Dann haben wir auch eine Bergbaukralle. Achso, rausnehmen. So. Oh, Bergbank 2, okay. Das ist fast ein bisschen unnötig. Aber egal. So, willst du die Axt oder die Kralle? Gib mir die Axt. Gut. Ich packe dir da mal. Passt zwar nicht, aber... Achso, verdammt. Ich suche irgendeine Kiste, die du hast... Oh, die zwei Plätze drin hat. Die hier. Ich packe dir da mal deine Spitzhacke und die Axt rein. Äh. Achso, vielleicht soll ich die Kralle auch hier rausnehmen. Okay. Lass die Axt mal drin liegen. Ich habe jetzt eine Spitzhacke und eine Kralle. Und dann haben wir hier noch die Fackel. Ich habe zwölf Fackeln, what? Gut, dann trashen wir das hier. So, jetzt muss ich meine ganzen Mads wieder loswerden. Wir haben Stein, Erde, Eisen, Kupfer, Holz. Und da wird die Kriste ja auch schon voll. Gucken, wie viel besser das tatsächlich jetzt baut, Stein. Achso. Und die Dinge habe ich aber auch noch. Hä? Wieso? Achso. Die da raus. Und das da. Ach. Hä? Habe ich die ja nicht gerade rausgenommen? So, jetzt. Ist das da noch rein? Nee. Ach, ist doch alles beschissen. So rum. Wieso? Ach, Alter. Die mit ihren Stack-Sizes sind echt anstrengend. So, hier drin waren die ganzen Seeds. Plus fünf. Davon haben wir plus fünf. Labaster-Pilz-Sporen habe ich auch noch welche. Wow, 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 wow. Ach, nee, ist draußen. Okay. Alles gut. Wir müssen hier mal eine Treppe hochbauen. Also noch Sets mehr. Sonst ist hier Essen drin. Aber das machen wir da in der nächsten Aufnahme. Es ist ja schön, dass wir hier mal eine Treppe hochbauen. Dann kann man von hier oben die Sachen abschießen. Ja, 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 ja. Das sehe ich ganz genauso. Darf ich noch irgendwas? Nein. Gut. Dann mache ich das hier noch da drüben rein. Oh je. Ordnung schaffen ist anstrengend. Wir brauchen viel mehr Kisten. Ja, morgen können wir da mal gucken nach Eisen. Dann kannst du hier Eisen-Kisten bauen. Ich kann Eisen-Bauen-Kisten. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Oder? Du magst sein. Wir haben so wie Scheiße hier drin. Gerade diese ganzen Zeug, von denen wir immer nur eins mitgenommen haben oder so. Das ist hier schon noch irgendeine Zutat. Zwischen das hier. Kürbissetzling wegwerfen. Kürbissetzling wegwerfen. Kürbissetzling wegwerfen. So. Ich habe nicht noch Knochen und dann packe ich noch die eine Schuppe rein. Und jetzt habe ich noch Baumwolle und Baumwolle. Schmeiß die auch mal weg. Gut. Jetzt habe ich noch Baumwolle und Stromquartz im Inventar. Naja. Keine Ahnung, was das ist. So. Jetzt habe ich nur noch Baumwolle und mein ganzes Zeug. Gut. Wunderbar. Ordnung geschafft. Ich bin stolz. Wo sind wir? Level 8. Super. Super Stat-Gain für heute. Läuft bei uns. Hey, dann rutsch doch sie schick aus. Geh, finde ich auch. Ich bin ein Wikinger. Mädchen. Sehr cool. Ja gut, Leute. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.